Und ein herzliches Willkommen bei Angespielt, bei Octobass Traveller 2. Ich hoffe, ihr werdet das erwählen, das ihr spielt, weil es ist ein richtig geiles Game. Also, ich habe den ersten Teil schon gespielt und das müsst ihr spielen. Und hier in Angespielt, ja, wenn ihr genug liked, genug Kommentare und ich sehe, dass das gewollt wird, dann spiele ich es. Das Problem ist, es ist halt sehr lange, sehr viel zu lesen. Das heißt, das Let's Play würde lange gehen und da brauche ich halt schon wirklich viel Zuspruch von euch, wenn ich das wirklich durchziehen soll. Aber ihr werdet ja gleich sehen, bei Angespielt, wie das jetzt mit dem Lesen bei mir läuft, als Legastheniker ist das ein bisschen schwierig.